Ich will euch heute die Violetta Produkte zeigen. Das ist meine eigene Meinung. Einmal Bodyspray, Lippenstift, Parfum und Lippenstift. Ich zeige euch das zuerst. Hier sieht es aus. Ich packe das jetzt einmal aus. Hier ist der Lippenstift und ein Anhänger ist auch dran. So sieht es aus. Ich will jetzt einmal glitzen und das jetzt so aus. Maria True. Man sieht den Pop. Geruch kann man nicht beschreiben, aber Geruch ist gut. Dann packe ich es mal zurück in der Packung. Jetzt kommen wir zu dem. Also warte mal, einmal zwei, vier drauf und das ist hier drauf und das. Und dann packen wir es aus. Einmal ein Lippenstift mit Violetta Logo drauf. Auch Anhänger dran. Und dann packen wir auch. Und dann packen wir es aus. Der Geruch hat auch. hier ist noch so eine schleife dran wie im letterer und mir und vom duft her man dürfte ganz toll aber man kann es nicht auch mal wieder ja ich finde die produkte riechen toll und sind toll also die produkte sind empfehlens käuflich ja habe ich mir selbst gekauft das war mein video